moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen folge mampfen und bewerten heute mit der chicken plus cheese box es ist snack attack time so erstmal das ganze zeug auf die waage gewollt damit wir auch wissen mit wie viel gramm wir hier arbeiten können denn wir haben hier chicken sprich händchen teile und box und dazu noch cheese also käse sie sollte 362 gramm auf die waage bringen und wir kommen hier auf 359 gramm sehr gut das ist okay ein einzelner nugget wiegt verschwindend gering viel der käse auch noch so erst mal chicken plus cheese box das lässt des testers herz höher schlagen denn mcdonald's sagt dazu achtung snack attack diese box hat es in sich die kombination aus sechs cheese ecken und zwölf chicken mac nuggets lässt snack king herzen höher schlagen und ja das ist okay also diese besagten käse ecken schmecken wirklich lecker doch doch sie sind wirklich sehr lecker oh ja wenn wir so eine portion in uns aufnehmen dann sind 4322 kilojoule nötig um das danach wieder abzutrainieren kilokalorien mäßig 1036 natürlich alles ohne soße 59 gramm fett 17 gramm davon gesättigte fett sorgen kohlenhydrate 73 gramm davon zucker 4 gramm ballaststoffe 5,9 gramm eilweiß 51 gramm salz 4,9 gramm und das ding haut echt rein es schmeckt sehr gut ich kann eigentlich gar nichts meckerei mäßig stehen lassen denn wir haben hier nämlich leckere cheese ecken sehr leckere cheese ecken am start weil es zu wenig cheese einfach nicht gibt gibt es die leckeren cheese ecken und diese sind wirklich äußerst schmackhaft sage ich euch sie sind nicht zu stark aber auch nicht zu mild da hat man wirklich ein gutes gleichgewicht gefunden zwischen delicious aber doch ein wenig mächtig dann haben wir natürlich auch die nagels die nagels ist der oldschool klassiker schlechthin chicken nagels chicken bedeutet wir haben also hier gutes altes hähnchen am start und die nagels sind halt geformt in nagel form selber was wir natürlich noch haben ist wir haben unterschiedliche formen der einzelnen nagels hier zusammen kreiert bekommen denn die nagels bestehen aus mehreren einzelnen formen die eines eines einer unterschiedlichen form mit ansitzt und chic mc nuggets sind kleine muckstücke leckere schmuckstücke sind goldgelb funkelnd mit leckeren hähnchen brustfleisch zubereitet und so handlich dass sie an jedem finger gut aussehen es gibt sie in länglich in oval in hufeisen form oder in stiefel form und in spitz zulaufen das sind unterschiedliche formen in die das dann ja gestanzt gepresst wird und alles zusammen bringt wirklich einen geschmacks ein geschmacks sinn zusammen denn ihr mögt gerne käse ihr mögt gerne nagels und das zusammengepaart in einer box bringt eine gute mampf leistung mit sich hier sehen wir zum beispiel den schuh wenn ihr noch leckere soßen dazu haben wollt ich empfehle senfsoße für die nagels und die sauer cream beziehungsweise chili soße wer es fruchtiger haben möchte für die käseecken was auch sehr lecker ist ist dieser dieser texas mix süßchen also sehr leckere soße die ist neu kreiert ist der renn steht äußerst schmeckhaft der renn steht aber denkt immer daran das sind auch ungefähr pro box noch mal 100 kalorien on top circa also alles in allem diese chicken plus cheese box bekommt von mir 9 von 10 punkten weil sie wirklich fundamental lecker schmeckt und darüber hinaus noch ein sehr leckeren und erfüllenden job über überhaupt bringt denn ich habe danach nur noch oder der proband hat danach nur noch zwei pakete mit mit dem wedges gegessen und war dann voll er brauchte an diesem tag also nicht mal burger und co um satt zu werden und das heißt schon was sehr lecker sehr bekömmlich und schmackhaftes ist es auch noch und von der mengenangabe die vom preis her ist ein bisschen überhöhter preis finde ich sehr teuer obwohl hähnchenfleisch eigentlich nicht so teuer ist in deutschland und der käse ja gut der käse kommt wieder ein bisschen teurer dazu die soßen die die abliefern sind auch sehr gut ihr müsst nur die richtige auswählen die euch am besten schmeckt dabei und so könnt ihr euch jetzt nice und leise durch die leckere chicken plus cheese box durchmampfen und auch alle möglichen soßen miteinander kombiniert ausprobieren sehr lecker sehr schmackhaft ich sage geiles ding 9 von 10 punkten noch ein nugget hinterher geschoben denn die sind klassisch geil was neu dazu gekommen ist sind halt die käse ecken die jetzt in der chicken plus cheese box auch noch arm ja die premiere feiern lecker dann sage ich vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert mich gebt mir ein positives feedback und hier wieder auf der wrench dip soße dann lasst es euch schmecken wir hauen uns noch nugget hinterher denn die nuggets sind so wie gold stückchen sie sind zart sie sind schmackhaft und jetzt fange ich schon wieder an neu zu schwärmen von den nuggets plus cheese bis zum nächsten mal so und so